Yo! W-W-O-G-Hex! Generic Max! Fung an, Fung an, Fung an, Ja, moin moin und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Danke schön, dass du da bist. Wir zocken heute noch in der Yo-Yo. Neue Helden. Wir werden gegen Jaden antreten heute. Ja, das können wir überspringen. Wir nehmen jetzt mal das Gestich-Deck. Wir werden Esther spielen. Schauen wir uns mal die Karten von Esther an. Wir nehmen heute mal Blood. Oh, gewinnen sogar. Perfekt. So, Jaden. Zieh dich warm an. Wir werden jetzt gewinnen, weil wir glauben an Esther Karten einfach. Und wir kennen ja auch deine Karten. Deswegen gewinnen wir auch. So. Okay. Was haben wir hier? Wir haben Schicksalssignal. Okay, den können wir schon mal setzen. Dann kann ich hier mir ein Held auf die Hand setzen. Okay. Holen wir uns den Held. Wir holen uns... Wir holen uns... Wen holen wir uns? Holen wir uns denn? Ähm... Ja. Ja. Wir holen uns... Äh... Elementar-Held-Buzz... Äh... Benetrix hier. Okay. So. Vielleicht kriegen wir ja eine Fusion hin. Dann setzen wir... Claim mit einer Verteidigung. Mit 2000 Verteidigung. So. Und dann Benetrix. Dann haben wir schon mal eine Verteidigung. Mit 2000. Mal gucken. Was Jaden macht. Natürliches Begräbnis. Ja. Nee. Ist klar. 2600. Und ich kriege auch noch Kammschaden. So. Dann aktivieren wir... Schicksals-Signal. Und... 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 Ähm... Puh. Ja. Gute Frage. Wen holen wir uns denn? Ja. Holen wir uns den hier. Und Verteidigung. Kann er nochmal eingreifen, ne? Nee, doch nicht. Okay. Spiegelkraft. Spiegelkraft ist mal gut. Dann setzen wir... Ähm... Den auch nochmal in Verteidigung. Dann aktivieren wir hier den Effekt. Uh. Pflicht weg. Ja. Super. So. Dann können wir gleich... Ähm... Freundliche Wohltal benutzen. Zieht drei Karten und wirft zwei Karten ab. Und... Äh... Wir beenden unseren Zug. Wir haben ja noch Spiegelkraft. Also wenn er nochmal angreift... Zerschönen wir das Monster. Okay. Macht er ne Fusion. Okay. Er macht ne Fusion. Okay. Weiter halt und... 2600. Und... Er greift an. Dann können wir Spiegelkraft aktivieren. Super. Und jetzt zerstören wir beide Monster. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. So. Ähm... Effekt aktivieren. Ja. So. Ähm... Ich muss zwei Karten abwerfen. Dann werfe ich die Karte ab. Und dann werfe ich... Die Karte ab. Dann benutzen wir... Ah ne. Wir können ja die hier oben benutzen. Ah. Super. Aktivieren wir... Fusionstor. Und uns hier... Elementarheld... Ähm... Wie heißt er? Ähm... Phönix. Im Angriff. So. Dann benutzen wir nochmal Landformer. Und uns... Ähm... Gefängnisturm. Weil Gefängnisturm kenne ich. Weil Gefängnisturm ist ziemlich gut einfach. Da kriegst du... Man spielt einen Spielmarkt. Auf die Karte. Und wenn man vier Spielmarken hat. Dann... Kriegt man keinen Kampfschaden. So. Dann aktivieren wir die Karte nochmal. Mal gucken, ob wir... Ach Landformer. Naja. Bringt mir nichts. Dann flippe ich die Karte. Geben wir die auch in Angriff. Aktivieren die Karte auch nochmal. Ah. Schade. Und... Ich hole mir noch... Sparkman. So. Da haben wir schon mal vier Karten. Und dann greifen wir an. Wir greifen mit... 2100 an. Direkt auf die Lebenspunkte. Mit 1400. 1400. Und nochmal 1400. 1400. Und... 1600. So. Jaden. Na. Wie hat's geschmeckt? Du hast noch 1500 Lebenspunkte. Und wir haben vier Monster. Da haben wir uns mal unsere erste Spielmarke. Er hat nur ein Monster. Und beendet seinen Zug. Wir haben nochmal Fusion. Oh, ich könnte auch nochmal Fusion aktivieren. Ähm. Ja. Aktiviere ich einfach mal. Wie kann ich den holen hier? Ach, den kann ich holen. Okay. Wem muss ich opfern? Dem muss ich opfern. Und dem muss ich opfern. Okay. Opfern wir die mal. Okay. Im Angriff. Super. Und dann greifen wir an. Wir greifen mit 2500 auf Monster an. 1400. Direkt auf die Lebenspunkte. Und nochmal 1400. Bäm. Jaden. Bäm. Hast verdorben. Ich hab's gesagt. Wir werden gewinnen. Gut, liebe Freunde. Ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt auf dem Video einen Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Dass ihr das nächste Mal verpasst. Würde mich auch freuen. Und mich auch unterstützen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn das heißt, eine weitere Folge Yu-Gi-Oh. Dann bedanke mich erstmal. Und sag auf Wiedersehen. Ich hab gesehen, du warst noch nicht aufhinein. Aber los jetzt. Und sag auf Wiedersehen.